Ich glaube, dass du das nicht total aussparen kannst, dass jeder Mensch sich über positive Aufmerksamkeit freut. Es wäre eine Fehlannahme, das nicht zu glauben. Und es wäre jetzt der Gipfel an Eitelkeit zu behaupten, es wäre nicht so. Dass man da eine Balance haben möchte, das stimmt aber auch. Dass ich mich natürlich total freue, wenn viele Leute in diesen Film gehen und es ist mir scheißegal, wenn sie reingehen, weil sie mich sehen wollen und dann was aus dem Film rausnehmen, dann ist mir das scheißegal und auch sehr recht. Und dass man die Kehrseiten, die da mitkommen, versucht zu dezimieren oder dem vorausschauend so ein bisschen den Ball flach zu halten, das macht man vielleicht auch. Dass man sagt, ich muss jetzt noch Benzin ins Feuer gießen, weil dann verbrenne ich mir vielleicht die Finger an dem Feuer. Das ist das, was ich weiß, 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 was ich weiß